ja die hohen weiter Freude und heute spiel ich mal wieder auf der Karte das ist sehr viel Karte weil sie gar nicht wie geht aber ich bin ein wenig erkennt aber ich hoffe es wird trotzdem eine coole Runde dort ist er euch schon für das mal noch bekomme ich kein Blöcke Hallo aber jetzt und ich glaube es war es schon mehr darüber wie spiel auf einer 4 mal 4 er oder wie man das nennt mit diesen und mit diese die da er Prozent ich habe extrem kleine Karte ausgesucht 3 für was für jeden dass ich schnell durch bin weil meine Stimme ist wirklich fast im Arsch schon kann man so sagen und ja da will ich nicht jetzt extrem lange machen aber ich habe mir die Mühe gegeben dass ich ein Video auch ausbringe dass ich trotzdem erkältet bin also großes Lob kacke die Blöcke sind schon leer ich glaube ich habe noch nie bei etwas gespielt wenn ich keine Videos gemacht Eier und Schatten mit den Kommentaren ob ich mit anderen aufspielen soll oder so weil ja dann dann ja dann 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 Prozent Prozent ich stecke ich bin jetzt hier es war ja ich bin jetzt das Park 3 Sparks Geilo die Benzin Asparks als er wird die baut die aufwärts oder baum ist ja lieber aufwärts ja guppi benützt kein täglicher becker gut und mit zu ich hab noch eine frage ich hab ok Elisitz im Schatten mit mir ist weil es ja bei was und am Ende ja wissen was sie an und an und so ja ich bin der Weg vor dem Bild OO Achtung 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 doch schnell schwert die Branche Schwert die Branche Schwert da eine Kacke nicht zählen oder der Box der Aue Eier und tut mir wirklich leid dass wir immer noch erben Prozent jahre und er ist bis hat man das sagt er wird herauskommt wie Herr Oehler oder so jetzt hallo unser Block ist schon kaputt das gibt es aber nicht wer das glaube ich wir spielen ja gerade mal vier Minuten na ich habe noch gar nichts getan ich habe meine Geschichte noch gar nicht erzählen können Lippe und Sala geht da noch scheiß Hacker nein na gut dann wärst es schon für die Runde aber nein ich hängte hier hinten dran ich bin doch nicht blöd da immer gleich da rein ich werde es jetzt wegschneiden und dann ja sehen uns gleich wieder da Eio und hier bin ich wieder mal wir mit einer Runde werden was ich bin jetzt wieder in der Art der Sonder wie das gleiche er zeugt sagt mal und ja dann geht es gleich wieder weiter mit dem Kacke Brotzer Weg Scheiße ist so draußen Scheiße es ist auch Scheiße Römer mit ja ja ich bin wir müssen mit dem Bauern hat keiner Blöcke es gibt so ein Bild ihr habt alles ausgegeben für ich spielte zacken er sei durch Blöde oder allo warum bauen die die Wege ab hallo warum ne ne aus aus hört auf das abzubauen Alter warum wir wollen doch rüber warum gore da 3 ich sterbe lieber jetzt mal gleich so Hör k end nicht auf das sei ich diese Prozent Folge wegschneiden das sage ich euch Okay, 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 ich baume jetzt einen Weg rüber, ich sag's euch, dass keiner mehr raufkommt. Nee, nee, der kommt hinterher, shit! Ja, ja, ich bin schon wieder, ich bin da, ich bin schon wieder, ich bin da. Was ist mit denen los? Hey, altes Spiel, richtig! Warum passiert das immer auch in der Aufnahme? Nein, ich werde gemobbt. Weißt, was ich jetzt mache? Eben, raufbauen. Oh, da ist der andere! Da weiß ich auch rüber, warum nicht. Oh, nein! Nein! Ich fall mal wieder rüber. Nein, oh, nein, raus, aus, weiß ich schon nicht. Ich werde diese Folge, glaube ich, nehmen, weil sie so richtig spaßig ist, aber warum machen Leute sowas? Bitte schreibt sie mir in die Kommentare, weil ich hab da den Sinn nicht so richtig. Warum das Leute da sowas machen. Warum funktioniert bei mir der Knopf nicht mehr? Ich kann es mir nicht vorstellen! Hört endlich auf! Ich kann es noch tausend mal einig schreiben! Hört endlich auf! Wir haben Menschen wieder so gut viel verloren. Wer will das? Alter! Hey, ich mach ne Aufnahme! Merkt euch diesen Namen! Merkt euch ihn und prägt ihn euch ein! Die Bieter? Nein! Warum? Ich will ne Antwort! Weil... Na gut, jetzt kriegt der Antwort! Jetzt kriegt der Antwort! Weil wir... ...wollen doch... ...gewinnen! Ich weiß, wie man gewinnt schreibt... Okay! 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 Jetzt... Jetzt... Jetzt hast du wie mit dem falschen angelegt! Du homo-f... ...kaider! Oh, tschuldige! Oh, tschuldige! Ich will die Gäste! Schau mal, was wir jetzt machen! Was ist jetzt noch? So, schack, zack, zack, zack! Schau, ich zerstörte jetzt! Oh, ich zack, 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 zack! Wie Kind ist nur öfter, macht weiter, wie kann die ganze Scheiße da zerstören! Das hat also ein bisschen falsch angelegt! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! die Springer wieder daneben die Hälfte ich werde gemacht so richtig im Markt Mbombo 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 okay ich glaube ich werde diese Folge jetzt finden mit die Mbombo der Welt das hat die Gäste in der Welt die Gäste nichts da war ich bis zum nächsten Mal und ich will jetzt kein Spruch ich die Klang von Komme oder so ich habe bitte Sprüche die ihr cool findet und die bettet sich dann im Schluss ja genau das heißt tschüss bis zum nächsten Mal und tschüssi tschüss 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 tschüss